Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich in den Patagoni gehe mit dieser Gruppe, sind meine Ziele etwas anders gesteckt. Aber ich komme an mein Limit, einfach nicht alpinistisch, sondern zwischenmenschlich. Wir geben nicht auf, wir haben noch Kaffee. Wenn man jetzt annimmt, es passiert in der ersten Woche einen schweren Unfall. Die Geologie, die uns hier interessiert, ist das Magma, das hier reingekommen ist und die Felsen gemacht hat. Es geht um viel mehr, als einfach nur Steinproben holen. Für die ist das ein gewaltiger Schritt. Wir sind wie Götter für die. Wir könnten aufklären, wir holen das. Das ist eine gute Probe. Also, super Probe. Ja, wir sind 23 Kilometer, drei Wochen zu schiessen. Es gibt viele. Es gibt unterschiedliche Sachen, die schwierig sind in diesem Glam. Eines davon ist der Wind. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Super, super. Ich gebe alles. Bis morgen. Jetzt sind wir froh, dass bei uns nichts passiert. Ein Unglück klingt. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie sie sagen. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie sie sagen. Ich weiß nicht, wie sie sagen. Viereben sind die Idee. Das ist eine gute Idee. Sie können die Idee.